Und damit herzlich willkommen zu einem Vlog von mir. Ich bin hier bei KTM Edith Arena in Köln-Bonn. Der Marvin, der uns hier eingeladen hat, deckt uns gerade mit Klamotten ein und mit Ausrüstung. Und ich zeig euch mal, wie das hier abgeht. Aber mega geil. Gönnt euch jetzt erstmal die Location. Let's go. Elias darf zum ersten Mal in seinem Leben Motorrad fahren. Geil. Geil. So Leute, ich stehe jetzt hier in der Halle. Noch leider ungekleidet, aber ich mach mich jetzt gleich auch fertig. Krank. Ist riesig. Geil. Ich hatte irgendwie gedacht, das ist kleiner, aber man sieht auf den Bildern ja echt nicht, wie groß es ist. Und es ist einfach richtig groß. Mega geil. Na, was sagst du, Niklas? Geil. Geil. Machst du heute einen Jump mit der Karre? Von hier bis da drüben. Ja, halt die Fresse. Du stehst mich vielleicht oben mit dem Kopf irgendwo dran. Ja, Digga. Ist klar. Ist klar. Ich weiß nicht, ob ich mich das heute traue, aber mal sehen. Bin gespannt. So Leute, also. Wie sieht's aus? Danke erstmal dafür, aber generell möchte ich mich mal bedanken bei Marvin auf jeden Fall für die Einladung. Kein Problem. Ich freu mich auf jeden Fall schon. Und das Besondere an Marvin ist jetzt, der Typ fährt mit einem Wein weniger. Finde ich faszinierend. Er hat da nämlich eine Prothese. Unfallgeschichte. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt, wie du jetzt gleich fährst. Guck mal, wie süß das hier aussieht. Das wird eingewiesen, Leute. Also, schön zuhören. Jo, wir fahren jetzt. Die erste Runde. Erster Gang. 12 km h hat er, glaube ich, gesagt. 12 PS, Brudi. 12 PS, ich glaube. Wheelie, Bruder. Digga, ohne Sound ist ja mal witzig. Digga, das braucht ja schon richtig, Alter. Oh, Junge. Alter. Okay. Also, man merkt direkt, es ist richtig anstrengend. Wuh. Geil. Okay. Musik Mein Akku ist leer, der wird jetzt ausgetauscht und ich muss euch sagen, ich bin so euphorisch gerade. Ich bin jetzt ungefähr eine Stunde, anderthalb gefahren und so langsam komme ich klar, ich mache die ersten Sprünge und das ist so geil. Das macht so Bock ohne Scheiß. Heftig, das ist einfach nur, boah ist das geil. Also die ersten anderthalb Stunden, zwei Stunden habe ich mich gezügelt, einfach vor dem Respekt, weil man sich natürlich hier maulen kann. Die ersten Sprünge kommen, das macht richtig Bock Leute, das ist einfach nur geil. Ich versuche gleich mal ein paar Aufnahmen zu machen von den anderen, aber jetzt wird erstmal Akku gewechselt, let's go. Ich versuche gleich mal ein paar Aufnahmen zu machen. Ich versuche gleich mal ein paar Aufnahmen an letzter Punktniue. Ich werde jetzt noch mal ein paar Aufnahmen zu machen. So Leute, es neigt sich dem Ende zu, wir sind fertig, jetzt müssen wir was zu essen. Es war mega geil. Freerides werden jetzt noch eingeräumt und dann heißt es auf Wiedersehen. Aber es ist echt geil. Wir sind alle fertig, Niklas hat es Spaß, check mal deine Wunde, Hose runter, Hose runter jetzt hier. Tschüss. So sieht's aus. Wir haben Hark gekämpft. Ding ist Dankeschön an Marvin. Kein Problem. Hammer geiler Typ. Checkt ihn ab, ist verlinkt auf jeden Fall. Und alle anderen natürlich auch, bis zum nächsten Mal.